Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit, endlich mit riesigen, starken Drachen den Gegner zu zermalmen und zu zerstören? Ja? Na gut, dann kommt mal mit. Wir haben nämlich heute den guten Kite als Duellanten, nicht in 5Ds. Den Kite als Duellanten. Endlich mal spielen wir nicht, verdammt nochmal, Juma. Wir hatten 7 Duelle bis zu diesem Punkt und 6 Mal davon haben wir Juma gespielt. Auch wenn wir einmal kein Utopia drin hatten, sondern nur Baby to Regen, war trotzdem das Deck so ziemlich gleich. Und es kotzt mich langsam an. Deswegen muss ich sagen, ist es schön, endlich mal die Abwechslung zu haben. Und insane starke Drachen sind eine große Abwechslung. Wunderbar. Denn der Bruder von Kite wurde entführt. Und zwar von jemand geringerem als dem Sohn von Vatrix, Quinten. Quinten ist übrigens auch der alte Mentor von Kite. Das ist auch nochmal eine ganz spannende Synergy, die die beiden da haben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die... Ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt hatten die, glaube ich, schon einmal ein Duell. Wenn mich nicht alles täuscht. Äh... Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es gibt, glaube ich, zumindest auf jeden Fall noch ein Duell. Aber ich weiß nicht, ob wir das dann hier spielen. Müsste ich mal gucken. Naja. Auf jeden Fall entführt Quinten den Bruder von Kite. Denn der Bruder von Kite hat nach wie vor unfassbar große Mengen an Energie und Kraft in sich drin. Und Vatrix möchte diese natürlich haben. Da das alles ein bisschen schwierig ist, die ganze Energie und weiß nicht alles zu extrahieren, braucht es dafür Vorbereitung. Eine Art Ritual. Und das kann er am besten irgendwo bei sich machen. Der gute Juma und Kite möchten Hart natürlich irgendwie retten. Auch Orbital 7 möchte Hart retten. Und dann ziehen sie halt los. Und zwar dahin, wo sie eben ihren, äh, seinen Bruder halt vermuten bei Vatrix. Wer hätte das gedacht. Sehr, 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 sehr einfach das Ganze. Doch bei Vatrix angekommen können sie nicht einfach so rein spazieren. Denn es ist ja klar, wenn ein Bruder da ist, sind natürlich auch die anderen Brüder da. Ähm, Quattro und Trey sind auch da. Und es gibt ein Doppelduell. Zumindest im Anime gibt es dann ein Doppelduell. Juma und Kite versus Trey und Quattro. Quattro. Ähm. Natürlich spielen wir hier dann einfach, weil wir einfach die Abwechslung brauchen. Mal jemand anderen. Was ich gut finde. Weil, wie gesagt, hätten wir jetzt nochmal Juma gespielt, hätte ich im Strahl gekotzt. Auch wenn ich die Animation von Utopia geil finde. Aber wir brauchen Abwechslung. Und jetzt bekommen wir gleich Doppeltabwechslung. Wir haben nämlich nicht nur unfassbar insane Drachen, sondern auch alte, wertvolle Steine und antike Sachen. Mit den Chronomalies. Ne? Denn Trey spielt ja die Chronomalies. Und, äh, wir fangen hier an mit, äh, gar nicht mal so einer schlechten Hand. Ui. Was haben wir denn hier? Wenn ein Galaxy-Monster, das du kontrollierst, das Angriffstil gewählt wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand in die Verteidigungsposition beschwören. Äh, wenn sie auf diese Art beschworen wird, kannst du sofort, nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, ein Galaxy-Exis-Monster mit, äh, nur mit Galaxy-Monstern, die ich kontrolliere, als Exis-Beschwörung beschwören. Das ist natürlich nice. Wir haben den Photon-Thresher, den wir specialen können, wenn wir keine Monster kontrollieren. Dann haben wir hier die Galaxy-Expedition. Falls ich ein Photon- oder Galaxy-Monster der Stufe 5 oder höher kontrolliere, beschwöre ich ein Photon- oder Galaxy-Monster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von meinem Deck in die Verteidigungsposition. Das ist nice. Habe ich leider nicht. Und dann haben wir hier Galaxy-Eyes-Photon-Dragon. Was ich machen könnte, wäre ihn specialen, indem ich zwei Monster mit 2000 ATK oder mehr als Tribut anbiete. Habe ich aber nicht. Ich habe nur den Photon-Thresher. Das heißt, das einzige, was mir bleibt, ist Photon-Thresher. Specialen und einmal ruft der Gejaggen verdeckt wegen. Aber jetzt interessiert mich, was ich in meinem Deck habe. Wahrscheinlich, ja, dachte ich mir, den Neo-Galaxy-Eyes-Photon-Dragon. Einfach nur awesome, diese Karte. Falls diese Karte mit Galaxie-Augen-Photon-Drache als Material, als Exis-Beschwörung beschworen wird, die Effekte aller anderen offenen Monster, die sich derzeit auf dem Spielfeld befinden, bleiben annulliert. Oh, bleiben sogar annulliert. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen. Hänge alles Material von den Monstern ab, die dein Gegner kontrolliert. Dann erhält diese Karte für jedes abgehängte Material 500 ATK. Zusätzlich kann es in diesem Spielzug während jeder Battle-Phase bis zu so viele Male angreifen. Das ist einfach nur nice. Also eine gute Möglichkeit, um den Gegner einfach richtig hart zu OTK an. Was natürlich die Strategie bzw. die Weise war, wie dieses Duell im Anime geendet ist. Kai hatte noch 100 Lebenspunkte und hat dann die nötige Kraft bekommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er dann den Neo-Galaxy-Eyes-Photon-Dragon beschworen. Und die beiden einfach nur hart zerfegt. Naja. Wir beenden unseren Zug. Eventuell haben wir dann die Möglichkeit, ähm, was zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Wir können leider noch nicht unseren, ähm, wunderbaren Galaxy-Tyrano oder unseren Photon-Dragon holen. Aber vielleicht kommen wir noch dazu. Okay. Oh nein. Jetzt kommt direkt ein Overlay. Leck mich doch. Natürlich kommt direkt dieser Scheiß. So ein Mist, Alter. Noch mehr. Hör doch mal auf. Verdammt noch mal. Chronomalies sind echt nicht übel. Mit dem ganzen neuen Support, den sie noch bekommen haben. Ne, es ist, äh, es ist auch ein... Es ist echt nicht schlecht. Äh, ich weiß nicht, was, was kann diese Karte denn? Gucken mal kurz. Ähm, du kannst einiges Mal daran von dieser Karte abhängen. Um einen auf den Sponsor zu wählen, dass dein Gegner kontrolliert. Füge deinem Gegner Schaden in Höhe. Der Differenz zwischen seinem Grundartika, äh, seinen Grund und seinen derzeitigen Artika. Ah, gab's da nicht diesen extremen, ähm, ach, diesen, dieses FTK, wo man, war das Bespalken? Bespalken hatte und irgendwas anderes, wo man dann am Ende ihmchen hier beschworen hat und den Gegner einfach für 10.000 oder sowas gebürnt hat oder so ein Kram. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gab's da irgendeinen, oder gibt's irgendwie ein FTK dafür. Aber, äh, naja, du, ne? Wir aktivieren einfach mal unseren Ruf der Gejagten. Das passt schon. Äh, wir beschwören's ja im Angriffsmodus, das heißt, wir haben so die Möglichkeit, wenigstens hier ein bisschen zu verteidigen. Oh! Hätte ich das eher gehabt, dann wär das noch besser gewesen. Hatte ich leider nicht. Ähm, was hab ich denn in meinem Grave? Aha, Photon Cesar. Okay, ich glaub, das war das Monster, was er benutzt hat. Zum Overlane, inklusive Photon, ähm, Galaxy, Galaxy Photon Dragon. Irgendwas, was ich im Grave benutzen kann? Ich glaube nicht, oder? Äh, ich glaube, ich glaube, es gibt nichts, was ich im Grave benutzen kann, leider. Aber, du, du, ne? Komm, wir machen doch einfach mal, machen doch mal den hier, scheiß drauf. Kriegen wir auch mal den auf den Friedhof. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, ich könnte was machen. Scheiße. Ähm, ja, ich greife mal an. Das kann ich machen. Ne? Ausgleichende Gerechtigkeit. Das kriege ich aber gleich wieder auf die Fresse. Was kannst du eigentlich nochmal? Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass du kannst. Jetzt ein Chronomaly Monster von deinem Friedhof verbannt und dann ein Chronomaly Monster an deinem Friedhof mit derselben, ach, verdammte Scheiße. Ja, toll, der kriegt jetzt gleich wieder ein volles Board und ich habe das Problem. Oh, Mann. Ja, Nebra. Äh, verdammt, hatte Nebra echt den Effekt, dass man, dass er sich specialen konnte? Wenn ja, ich, ich, ich habe die Chronomaly echt noch nie wirklich großartig gelesen. Ich weiß nur, dass sie sich gegenseitig gut specialen lassen und, äh, was weiß ich nicht alles machen können, aber sonst habe ich die noch nie wirklich großartig gelesen. Nice. Bringt dir nur nicht, wenn, nicht viel, wenn ich kein Monster habe. Ich meine, gut, bringt dir schon noch was, aber, ach, du weißt, was ich meine. Äh, Okay, weil sie sich gerade im Friedhof befindet und alle Monster, die du derzeit kontrollierst, Monster, äh, Chronomaly Monster sind. Ach Mann, verdammte Scheiße. Wieso habe ich nicht darauf geachtet? Verdammt nochmal. Naja, wir spielen einfach mal eine Karte verdeckt und werden einfach mal hoffen, dass das ausreicht. Wir haben nämlich einen Galaxy Ice Photon Dragon in unserem Friedhof und mit 3000 ADK sollten wir, glaube ich, irgendwas machen können, oder? Wir warten mal, bis er angreift. Er kann jetzt wieder gucken, dass er hier was schafft. Komm, greif an. Ja, ja, und jetzt kommt meine Überraschung. Ruf der Gejagten, Bitch. Und da haben wir doch unseren Galaxy Ice Photon Dragon. Und natürlich kann er nicht wirklich großartig was machen. Er kann jetzt ein bisschen was in die Verteilungsposition switchen und noch ein bisschen verteidigen, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Bruder, geht nicht. Ähm, ich würde natürlich jetzt gerne irgendwie noch was holen, ne? Kann ich, ich meine, ich kann dann in die Verteilungsposition. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier jetzt gut specialen könnte, was mir weiterhilft, aber wir gucken einfach mal. Schadet ja nicht, ne? Ein extra Monster, warum nicht? Ähm, warst nichts Spannendes, oder? Ne, ansonsten, ich glaube, ich habe nicht wirklich großartig was Spannendes hier, was ich gut nehmen kann. Der hat gut Verteidigung, aber ich würde, glaube ich, wenn schon, einen zweiten Galaxy Ice Photon Dragon nehmen. Klar. Was überlege ich da so lange? Galaxy Ice Photon Dragon, Mann. Was will ich da? Komm, Angriff. Zerstören. Was? Was kann ich denn aktivieren? Ich kann ihn aktivieren. Was hat er denn noch für einen Effekt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Während des Battle Steps, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft. Schnelleffekt. Du kannst das Monster des Gegners wählen. Verbanne sowohl diese Karte vom Spielfeld als auch das gewählte Ziel. Lege die verbannten Monster am Ende der Battle Step aufs Spielfeld zurück. Und falls du ein Exis Monster verbannt hast, erhält diese Karte 500 ATK für jedes Material. Ah, nee, will ich nicht. Wenn ich das nämlich mache, dann aktiviert er nämlich den Effekt von dem anderen und dann kriege ich Burn Damage. Das wäre nicht so gut. Das wäre ziemlich doof. Ha, er kann nur noch beenden. Was ein Lappen. Lichtbeschleunigung. Was wirst du machen? Falls du keine Monster kontrollierst, beschwöre ein Photon oder Galaxy Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Dann kannst du, äh, du kannst nur ein Lichtbeschleunigung pro Spielzug aktivieren. Du kannst in diesem Spielzug, indem du diese Karte aktivierst, keine Monster als Normalbeschwörung beschwören. Ah, stimmt ja. Die coole Karte. Ähm, ich könnte jetzt eine Tribute zusammen machen. Aber das mache ich nicht. Rein da in die Olga. Einfach nur zerstören. Nein, ich will den Effekt nicht aktivieren. Dann Main Phase 2. Ich beschwöre dich. Und beende meinen Zug. Ich möchte jetzt einfach nur die Möglichkeit haben, meinen Neo Galaxy Eyes Photon Dragon zu beschwören. Denn das wäre cool. Er will jetzt wahrscheinlich nur noch ein bisschen weiter verteidigen, oder? Ja. Ja, er kann nicht mehr machen. Er hat einfach keine Chance gegen mich. Er ist ein Lappen. Er leuchtet. Was kann denn Luminite? Wenn ein Monster dein Skinder seinen Angriff deklariert, wähle das angreifende Monster. Annulliere den Angriff und ein offenes... Äh, was? Annulliere den Angriff und ein offenes Lichtmonster, das du kontrollierst, erhält bis zu deiner nächsten Endphase-ATK in Höhe der ATK des gewählten Ziels. Oh ja, das ist gar nicht mal so eine schlechte Karte. Kann man doch mal nehmen. Ist doch ganz schick, oder? Ja, ist ganz schick. Ähm... Ja, ich zerstöre ihn. Weg damit. Weg mit dir, Trey. Rein da. Mit dem anderen werde ich nicht angreifen, weil ich den gerne noch als, ähm... Attribute-Fodder benutzen möchte. Ach, come on! Bringt dir doch nichts. Kannst angreifen. Aber ich habe doch eine Karte. Die nennt sich... Lumenite. Hahaha. So nämlich, Ulf. Ah ja. Das ist schön. Das ist schön, wenn solche Sachen funktionieren. Wenn er jetzt noch was hätte overlayen können, dann wäre es natürlich doof gewesen, aber... Ach, Mensch. Gucken wir doch mal an. Da haben wir doch was Schönes. Machen wir doch einfach mal die wunderbare Galaxie-Expedition. Ähm... Wir nehmen einfach den Galaxieretter. Passt. Dann würde ich sagen, specialen wir diesen wunderbaren Galaxy Eyes Photon Dragon. Ich habe drei Galaxie-Eis auf dem Feld. Ist das nicht schön? Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ran und overlayen alle drei Galaxie-Eis Photon Dragons. Und beschwören unseren Neo-Galaxie-Eis Photon Dragon. So eine schöne Karte. Ja, ran da, Alter. Ja! 4.500. Das ist eine Nummer. Natürlich habe ich jetzt leider keine wirklichen ATK-Boost bekommen, weil... Keine Materialien. Aber das ist schon vollkommen okay. Angriff. Ich habe jetzt aber sowas von die Oberhand. Wenn er jetzt mit irgendwas ankommt und mein Neo-Galaxie-Eis zerstört, ne? Dann bereche ich ins Essen. Ja. Nichts hat er. Äh, falls du einen Photon oder Galaxy Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Normalbeschwörung beschwören, ohne Tribut anzubieten. Falls du diese Karte auf dieser Art als Spezialbeschwörung beschwörst, wenn ein Galaxy Photon Drachen in einem Friedhof, falls möglich, unabhängig davon, verdient diese Karte 1000 ATK. Und falls du das beschwöre, das gewählt, zieht als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Okay. Warte mal. Ja, da. Wunder-schön. Dann... ATK-Verringerung. Aber ich habe leider kein Galaxy-Eis-Photon-Dragon in meinem Grave. Ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich die ja alle hier drunter habe. Hat der eigentlich irgendeinen Effekt für Materialabhängen? Ach ja, aber, äh, da war ja was. Ähm, ich bin echt nicht mehr so, was die... Also echt nicht mehr so drin, was die Galaxy-Karten machen, ne? Sind zwar wirklich eine meiner Lieblingskarten, aber ich bin einfach nicht mehr drin, was die Effekte angeht. Ich habe es halt einfach schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, komm. Trey, du kannst eh nichts mehr machen. Du kannst eh nichts mehr machen. Ist alles schon vorbei. Es ist alles schon vorbei. Guck mal. Na, ich mache jetzt den hier. Na, dann zerstöre ich deinen komischen... gordischen Knoten und greife dich direkt an mit meinem Neo-Galaxy-Eis. Und in der nächsten Runde... In der nächsten Runde hast du richtig hart verschissen, Junge. Ich mache dir nämlich fertig. Aber sowas von. Kannst du mir glauben. Nein, ich aktiviere nichts. Nein, auch hier nicht. Auch deine verdeckte Karte würde dir nichts bringen. Ich ziehe nämlich jetzt noch was. Ui. Was mir auch nichts bringt, aber... Nein, ich greife nicht an. Äh, ich will nichts aktivieren. Ich greife an. Und beende dieses Duell. Ja. Trey, du hast verloren. Durch mein Neo-Galaxy-Eis. Ist es nicht schön? Ah, wunderbar. Ja, wo ist sein Bruder? Das ist natürlich schön. Und, äh, Quattro ist natürlich nach dem Motto, tu mir leid, ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Du hast mir so hart den Kopf kaputt gemacht, dass ich nichts mehr weiß, Bruder. Ist natürlich doof, ne? Und dann kommt Quinten an und, äh, hat Kites Bruder. Äh, und dann denkt sich Kite plötzlich, warte mal. Diese Fresse kenne ich doch. Diese Fresse kenne ich doch. Ist immerhin mein Mentor gewesen. Natürlich sollte ich die Fresse kenne. Wunderschön. Ähm, jetzt hat leider der Bruder von Kite nicht mehr so viel Kraft. Und, äh, möchte die Kraft Kite geben. Und er hat diese Kraft Kite gegeben, während des Duells. Damit er den Neo-Galaxy-Eis-Photon-Dragon beschwören konnte. Und, äh, dieser quasi Neo-Galaxy-Eis-Photon-Dragon ist entstanden aufgrund der Liebe von Kites kleinem Bruder zu Kite. Ist das nicht schön? Das ist wunderschön, oder? Naja. Aber, ähm, so ist es nun mal. Und, äh, da kann man nichts dran machen. Dann hat Quinten noch erzählt, dass, äh, er Jumas, äh, Vater kennt. Und Juma ist auch so, what the fuck? Aber, das klären wir dann später. So. Nachdem wir heute jetzt gegen Kite gekämpft haben, ne, äh, mit Kite gekämpft haben, meine ich, kommen wir natürlich nicht drum rum und müssen auch ein bisschen was von Kite aufmachen hier, ne? Wir machen jetzt einfach mal ein paar Packs auf. Fünf Stück, würde ich sagen. Äh, wir haben Übelschar. Das ist natürlich schön. Neo-Galaxy-Eis-Cypher-Dragon. Wundervoll. Und Photon Sanctuary. Das ist wirklich eine Karte. Sehr, sehr geil. Fehlt mir leider noch in Secret Rare. Ich hab die in, äh, Common und ich hab die in, äh, was war das? Ähm, Starfoil? Shatterfoil oder so? Fehlt mir leider noch in Secret. Aber in Secret ist die leider ein bisschen, ein bisschen teurer. Insektorkarten. Interplanetary. Purpley Thorny Beast. Galaxy-Eis-Cypher-Dragon nehme ich. Aha, aha. Wir kriegen schöne Galaxy-Karten. Oh, Übelschar Ophion. Aha. Und Rückkehr der Drachenherrin. Auch eine sehr, sehr gute Karte. Und vor allem auch eine sehr teure Karte. Vor allem in Secret. Selbstmubifizierung. Wähle ein Monster, das du kontrollierst und lege es auf den Friedhof. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Karte gut nutzen kann. Äh, wie, wie soll man das machen? Das wirkt so ein bisschen wie eine Karte, die ein Anime-Protagonist spielen würde. Wenn er ein Monster von irgendjemandem bekommt, was einfach nur übelst kacke ist. Sowas wie ein Lava-Golem oder so, weißt du? Und man hat keine andere Möglichkeit, das wegzukriegen. Dann frage ich mich so ein bisschen, how? Und dann kommt plötzlich Selbstmubifizierung ins Spiel. Und er hat die Karte ganz komischer, mysteriöser Weise im Deck drin. Und aktiviert die dann und kann sich so retten. Äh, so, so, so stelle ich mir die Karte vor. Ich kenne sonst echt keine andere Möglichkeit. Wäre es wenigstens zerstöre, das Monster, weißt du? Dann wäre es noch eine andere Geschichte. Dann könnte man das vielleicht irgendwie mit, was weiß ich nicht, äh, benutzen. Mit Unchained oder so'n Scheiß. Ne? Aber so? Ne. Stranger Shit, Alter. Stranger Shit. Dann haben wir noch die Sternserafs. Äh, okay, okay. Nachtfalter-Agent. Oh. Ist auch nicht schlechter. Ha. Und natürlich auch wieder weiterer Insektor-Stuff. Ein Pack machen wir noch auf und hoffen, dass wir dann noch eine schöne Galaxy-Eyes-Karte kriegen oder so. Photon schlechter ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Nice. Äh, Lilybot. Ja, gut, ne? Diese mehr oder weniger Love-Story zwischen Lilybot und, ähm, Orbital Seven. Dann nochmal ein Rückkehr der Drachenherren. Also dieses Pack hier, das ist echt voller geiler Karten. Gaia-Drache, der Donnerangreifer. Natürlich eine Karte, die man heutzutage super gut nutzt, um einfach den, ähm, Zeus ein bisschen dicker zu machen. Ja, auch eine schöne Karte für die Priester, ich sag, hm, ja. Kite, du enttäuscht auf gar keinen Fall. Ich muss sagen, Respekt, Junge, Respekt. Und damit würde ich auch diesen Part hier beenden, Leute, ne? Ich hoffe einfach mal, dass ihr Spaß hattet und, äh, dass wir beim nächsten Mal ebenso viel Bock haben. Denn, oh, ja, beim nächsten Mal duellieren sich nämlich Schüler gegen Mentor. Kite gegen Quintin. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat Quintin, glaube ich, Nummer 9? Dyson-Swale? Die Dyson-Sphäre? Glaube ich. Es war im Anime so eine übergroße Karte. Also, glaube ich, eins der größten Dinger, die man je gesehen hat. Sehr cool. Aber, naja. Gucken wir einfach mal beim nächsten Mal. Vielleicht beschwört das ja. Bei meinem Glück wahrscheinlich. Und ich verkack dann. Aber ich habe die Galaxy Eyes auf meiner Seite und werde es irgendwie schaffen. Bis dahin, Leute. Hau da rein. Distanin. Und man. Distanin. Vielen Dank.